Was ist die Beziehung zwischen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort? Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung weisen manchmal sekundäre Verhaltensprobleme auf. Beispielsweise kann bei Jugendlichen mit gewalttätigen Neigungen, die sich häufig der Autorität widersetzen, die Oppositional Defiant Disorder vermutet werden. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort können als kombinierte Diagnose angeboten werden, wenn hyperaktive Kinder-Peers und Autoritätspersonen gegenüber feindselig eingestellt sind. Aggressives oder grausames Verhalten und andere schädliche, störende Handlungen können zu dieser Diagnose führen. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort können schwer zu diagnostizieren sein. Während viele Kinder gelegentlich Wutausbrüche werfen, verhalten sich manche von ihnen auf eine Weise, die für sie selbst und andere gefährlich ist. Jugendliche mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort können rachsüchtig reagieren, wenn sie bestraft werden, das Eigentum anderer zerstören und trotzig und aggressiv gegen Personen in Führungspositionen vorgehen. Sie können sich weigern, die Regeln einzuhalten, und ihren Mangel an Respekt auf empörende Weise zum Ausdruck bringen. Während Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung in der Regel schlechte soziale Fähigkeiten haben, sind sie in der Regel zu Empathie und Mitgefühl fähig, auch wenn sie diese nicht artikulieren können. Wenn sie etwas falsch machen, haben sie die Fähigkeit, es zu erkennen und reue für ihre Handlungen zu empfinden. Kinder, die auch Ort haben, scheinen jedoch kein Bedauern, Schuldgefühl oder Schamgefühle für irgendeinen ihrer Missretagen zu haben. Wenn diese destruktiven Verhaltensmuster sechs oder mehr Monate andauern, kann bei Kindern und Jugendlichen eine oppositionelle Abwehrstörung diagnostiziert werden. Oft treten die Symptome erst nach einer größeren Störung im Haushalt auf, wie ZB-Scheidung. Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort können sich als Bewältigungsmechanismus aggressiv verhalten. Einige von ihnen sind sogar Opfer von Missbrauch. In Fällen, in denen Kinder nicht bereit sind, Regeln zu befolgen, sich gewaltsam zu verhalten und das Eigentum anderer zu entweihen, können betroffene Eltern einen Termin mit einem Hausarzt oder einem Berater vereinbaren. Gesprächstherapiesitzungen mit einem Kinderpsychologen können manchmal die Ursache des Trotzens aufdecken. In Zusammenarbeit mit Betreuern können Verhaltensänderungspläne erstellt werden, um eine Person mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ort zu rehabilitieren. Medikamente können ebenfalls verschrieben werden. Depressionen oder Angststörungen begleiten häufig die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und die Ort. Für psychiatrische Fachkräfte ist es wichtig, die Familiendynamik und andere Herausforderungen zu verstehen, denen sich das Kind möglicherweise gegenüber sieht, um wirksame Behandlungsmethoden zu etablieren. Ort wird selten als einziges Verhaltensproblem einer Person diagnostiziert. Die Ermittlung der zugrunde liegenden Ursache für eine gewalttätige oder intolerante Natur kann Zeit in Anspruch nehmen. Je früher jedoch eine Diagnose gestellt wird, desto besser sind die Chancen eines Kindes, eine positive Veränderung vorzunehmen. Einige Jugendliche mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und Ort kämpfen auch mit Drogen- oder Alkoholsucht. Das frühzeitige Erkennen eines Drogenmissbrauchs-Problems kann langfristige physische und psychische Erkrankungen umgehen. Unter bestimmten Umständen ist ein stationäres Behandlungszentrum die beste Option für gestörte Jugendliche. Gruppentherapie und individuelle Beratungssitzungen werden dann mit einem Programm zur Verhaltensänderung kombiniert. Bei Bedarf kann auch eine Entgiftungs- und Suchterholungsbehandlung erforderlich sein.